da ist wieder der bullfrog mit ein und zwar sind der höhle jetzt erst mal schauen muss wenn wir die store als bewerkstelligen so anscheinend das bin ich mich gespannt ok ok das wurde jetzt doch noch weiter ja 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 Was? Ja, Geros! Ja! Ja! Reicht die unzige Folge, wo wir kommen, jetzt sind die Affe und Obi. Okay, das haben wir jetzt schon mal geschafft. Okay, das dreht sich jetzt. Da sind normalerweise keine Trümmer mehr da. Schalten wir da mal ein. Ja! Ah, jetzt fahre ich schon wieder runter. Grüezi Niesen! Aber irgendwie muss ich die da noch verbinden miteinander. Und... Opa wie... Ich weiß, wir müssen jetzt das dann gleich wieder zurückkommen zu mir. Schenk, sch rein! Schenk, sch Knights, schenk, schenk, schenk ... Schnei, 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 schnei! Ah! Nein, 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 nein. Ja, okay. Wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich nur jetzt ein wenig überfragt. Aber ich glaube, dass das da ein bisschen mitzumtun hat. Und jetzt lassen wir es erst einmal so. Jetzt gehen wir mal da drüber. Und holt mir das einmal ein. Und jetzt ist das einfach einmal so da los. Und hupf einmal runter. Und du musst mit dem Nächsten. Und wo das zuerst hüpfen. Dann das auch noch wieder noch mal hüpfen. Vielleicht geht da da ein bisschen rum. Mal schauen, ob das jetzt so hinhaut, weil mir ich das fürstehe. Ah, geht's. Ach, die Rätsel. Dinge scheiße da, weil die gar nicht mein Fall ist. Jetzt warte, bis das runterfällt. Okay. Das war's jetzt. Da war ich einmal noch nicht. Aber jetzt wollen wir erst einmal da hin. Okay. Naja, das ist so Stromkreiszeichen und das taugt man eigentlich nicht, weil sonst war der Elektriker geworden. Das ist echt das. Okay. Da komm ich doch noch so. Okay. Ach so. Du fort dann dies. Da dann so hinhaut. aha und dann muss ich das aufgefahren wenn das hüpft jetzt verstehe ich glaube glaube ich meine dinge das ist jetzt verstehe es ist das nämlich normalerweise dann buddha nand wunderbar zum motor und stromkreis geschlossenen jetzt dreht sich das ist eigentlich das einzige wo sie noch hoch ist dies aber jetzt passen wir auf leicht schau wieso jetzt trotzdem ja nein ja 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 okay dies muss eindeutig nauf ja ja es geschafft aber dann schaffe ich es noch nicht ja ich schaffe es nicht also wenn wir durch den stromkreis einfach nur mit durch brächer s Samsung O.K. okay i ja 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 die ne ja ja Nein!